Ja, läuft. Jetzt kommt es ein bisschen besser runter. Ja, probale Führung. Ja, probale Führung. Ja. Ja, probale Führung. Ja, probale Führung. Ja, probale Führung. Ja, probale Führung. Und da wieder fuhr zu laptop. Hier kommen wir in die Schwerung. Das war's für heute. Ja, die liegt wirklich schön drin, oder? Wow, wow, wow. Die Lichtprobleme hat wieder da. So, jetzt überleg mal, was da Gewicht drin ist und dass die doch zum Nuss weg geht. Das ist sicherlich mit Vorsicht zu genießen, doch. So würde ich nur einmal langsam einlenken. Ja, ja. Oh, ja, vieler. Das hören wir dann auch. Ja, ja. 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 Ja, ja.